So, Tag 2. Wenn man es richtig gemacht hat, merkt ihr vielleicht ein kleines bisschen Spannung im Bauch. Deswegen legen wir heute los, das schöne Kombi. Wieder das gleiche, er legt die Beine ab, wir machen wieder Crunches. Wer möchte, zur Stabilisation, mit dem Handtuch oder so, hier wieder hoch als Stütze, und dann wieder Crunches. Mal gucken, heute vielleicht sogar mehr gehen, soll ja warm sein, von gestern, oder auch nicht, wie immer, kein Problem. Wenn man bis zum Versagen kommt und sagt, ich kriege den einfach nicht mehr hoch, oder kriege die Spitzenkontaktion nicht erhalten, dann Körper lang machen, durchatmen, und klappen wir mal. Auch BZ-Taut ist nichts mehr gehen. Dann kommt er hoch, und eure Pause sind ganz normale Kniebeugen. Hier guckt ihr, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nicht übertreiben, sollte die Woche nicht so sehr ein Burschenchen trennen. Okay, wir konzentrieren uns auf den Bauch. Versucht hier wieder 5 Gründen durchzuhalten, auch wenn ihr da auch könnt. Bis gleich, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.